Oh nein, wie sollen wir denn jetzt eh wieder zurück nach Bikini Bottom kommen? Ich kann euch da hinbringen. Wer bist denn du? Ich bin David Hasselhoff. Hurra! Ähm, und wo ist dein Boot? Boot? Schneller, Hasselhoff. Nächster Halbbikini Bottom. Ein Hochauf, Hasselhoff. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Unidentifiziertes Objekt hart, Aftan. Das sieht aus wie... ...der noch dickere Träte. Unmöglich. Habt ihr mich vermisst? Also, wo waren wir gerade? Patrick, renn weg! Auf keinen Fall. Ich bin genug gerannt. Wenn wir jetzt wegrennen, hört das doch nie... Au! 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 Renn weg, Spospo! Haltet euch ein bisschen zurück dahinten. Seid vorsichtig, Spockbomb! Na komm schon, Kleiner. Gib auf! Dennis erfüllt immer seinen Auftrag. Die Macht! Die Macht! Die Macht! Tja! Ich hab's geschafft! Du bist ein mutiger Junge. Leider bist du auch gleich ein toter Junge. Äh, ich weiß ja nicht, wie viel Plankton dir zahlt, aber wenn du uns gehen lässt, könnte sich das auch für dich lohnen. Das kostet dich aber wesentlich mehr als fünf. Was ist denn das? Äh, na ja, Sir, das sind fünf Nüsschen-Dollar. Die werden in allen teilnehmenden Gufi-Guba-Restaurants angesagt. Die Seifenblasen vielleicht beliebter Party-Spaß. Meine Augen! Ich kann nicht aus, Spockbomb! Danke, mein Freund. Ja, wirklich vielen Dank. Jetzt reicht's! Ich hab genug von euch Herren. Ich wünsche euch eine gute Reise. Seelen sein's! Nein! Bis dann! Okay, Freunde, hier ist Endstation für euch. Die Kini-Bottom liegt direkt unter uns. Aber wir sinken so langsam, das dauert ewig. Wieso? Hat denn hier jemand was von sinken gesagt? Der Abschlussvorgang ist uns eingeleitet. Interessiert! Hast du das gesehen? Was für ein Muskelspiel! Na, Jungs, seid ihr soweit? Zehn Sekunden bis zum Abschluss. Neun, acht, sechs, fünf, drei, zwei, go! Das war wirklich gut, Hessenhoff. Das war wirklich... Au!